Guten Tag, mein Name ist Rainer Janssen, ich vertrete die Firma Baltikas mit Sitz in Rumia. Unser Unternehmen ist seit nunmehr zwölf Jahren Mitgliedsunternehmen der Deutsch-Fäulischen Außenhandelskammer. Sehr gerne nutzen wir das attraktive Angebot der ARK, ob im Bereich der Schulungen unserer Mitarbeiter oder im Rahmen der zahlreich angebotenen Veranstaltungen und Regionalkonferenzen zu aktuellen wirtschafts- und sozialpolitischen Themen und Vorhaben. Auch das alljährliche attraktive Angebot kultureller Veranstaltungen nutzen wir immer wieder gerne. Gerade in den schweren Zeiten wie jetzt in der Corona-Krisenzeit bewährt sich die ARK als tatkräftiger, proaktiver Helfer für uns und für alle Mitgliedsunternehmen in besonderer Weise. Gerade in dieser Zeit ist es gut, die Außenhandelskammer mit ihrem guten und breiten Beziehungsnetzwerk an unserer Seite zu wissen.